Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Ich wollte mich jetzt gerade noch zum Wochenende mal kurz melden. Ich wollte schon vor ein paar Tagen euch noch schöne Weihnachten und Weihnachtsgrüße wünschen, aber es hat mir jetzt einfach nicht gereicht. Ich habe jetzt viel mit meiner Familie noch unternommen, das muss auch sein. Ja, die Zeit muss man sich einfach nehmen, auch für die Familie. Und deswegen jetzt noch am zweiten Weihnachtsfeiertag wünsche ich euch noch heute einen schönen Weihnachtsfeiertag, genießt die Zeit mit eurer Familie und ja, lasst es euch einfach gut gehen. Ich habe das Glück, dass ich jetzt noch ein paar Tage Urlaub habe, das heißt, ich kann mich jetzt noch ein bisschen erholen, kann noch den ein oder anderen Video fertig machen und ja, einfach die Zeit für mich genießen. Ich habe mal geschaut, ich habe tatsächlich, so, wenn ich jetzt meine Maus finden würde, wo ist sie hier? Ich habe tatsächlich dieses Jahr über 60 Videos gemacht, also mindestens ein Video in der Woche ist von mir erschienen und habe mir jetzt einfach überlegt, ich nehme das zum Anlass und mache auch in den nächsten Tagen noch einen Jahresrückblick, was denn alles so passiert ist, so ein paar Highlights vielleicht auch noch zeigen und ein paar Sachen erzählen, die so das Jahr 2021 bei mir alles passiert ist. Das ist aber nur ein kleiner Ausblick, was in den nächsten Tagen noch kommt. Ich werde euch auch noch ein paar spannende Projekte erzählen, die ich jetzt schon im Vorbereiten bin oder schon halber fertig habe. Ja, das ist jetzt einfach nur, um euch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen Spannung aufzubauen, was in den nächsten Tagen kommt. Aber nichtsdestotrotz, der Film war, oder das Video war eigentlich nur noch für diese Weihnachtswünsche. Ich hoffe, ihr habt alle eine schöne Zeit gehabt, sagt euren Familien alle einen Gruß von mir und bleibt dran. In den nächsten Tagen kommen ein paar Videos wieder an den Start und ja, das wird bestimmt das eine oder andere Interessante auch für euch sein. Okay, aber jetzt, meine Frau ruft schon, wir kriegen jetzt nachher noch Gäste. Ich wünsche euch noch einen zweiten schönen Feiertag, Weihnachtsfeiertag, genau. Und bleibt dran, es geht zeitnah mit neuen Videos weiter. Euer Rainer